hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem spontanen opening beziehungsweise das opening der rarity collection ist quasi schon gelaufen bei mir ich hatte mir nur sechs booster packs geholt hatte die einfach mal so geöffnet weil mich die raritäten interessiert haben und das war's und danach kam dann aber von dem einen oder anderen von euch halt die nachfragen rein ob ich nicht ein opening dazu machen könnte und ja wie schon gesagt habe ich mir halt ein bisschen mehr hofft von der liste und die karten die drin enthalten sind sind für meine sammlung relativ uninteressant weshalb ich mir dann nur sechs booster bei meinem comic-buchladen geholt habe hier um die ecke und ja das eigentlich so mehr oder weniger für mich nur geöffnet hatte aber ich komme eurem wünschen natürlich gerne nach und von daher schauen wir uns heute einfach mal hintereinander weg alle karten an die ich in den sechs booster packs der reality collection in der inne hatte und wir können am ende auch noch mal kurz über die raritäten sprechen das ist nämlich auch noch mal so ein punkt wo ich so ein bisschen ja loben und meckern möchte gut fangen wir an kein dunkler herrscher mehr der gedankengang die fremden führerin aus der unterwelt in secret rare die lichtverhältnisse sind heute echt bescheiden muss ich leider sagen es ist auch schon echt düster draußen der ganze regen und so von daher entschuldigt bitte die qualität des lichtes ja die fremden führer in der aus der unterwelt die hatte ich in einem booster pack drin die erste war gerade und die zweite müsste dann die japanische collectors sein wenn ich das richtig deuten kann ja die hat dann hier diese zusätzlichen pünktchen auf der oberfläche noch mit drauf und einige entschuldigung einige bereiche des artworks sind halt so glossy gehalten also hier in dem fall das gesicht was so ein bisschen mehr glänzt noch die karte selber finde ich ganz schick muss ich sagen aber da gibt es noch eine rarität die ich dann etwas besser finde schauen wir mal weiter genau die einzelfeuer blüte in ultra der ägyptische götterschleim in ultra wäre da habe ich mich sehr drüber gefreut weil das war so die einzige karte die mich jetzt tatsächlich interessiert hätte aus der collection durch für meine ägyptensammlung passt das ganz gut das war sehr schöner pull und die rarität bin ich auch zufrieden mit blumen baronen in secretware gedankengang hatten wir ja schon mal den lava golem in ultra wäre der meckritter kursadia aframax albtraumritter einhorn in secretware talent der drei taktiken super gefallener von albers und aschenblüte und freudiger frühling in ultra rare der blauäugig abgrund drache wieder in japanischer collectors rare ja doch genau mit den pünktchen sieht man es wieder also wer es jetzt nicht genau weiß die japanische collectors rare die haben einfach diesen diese mehr holographischen pünktchen oben drüber noch auf der oberfläche so zu sehen und einige bereiche hier sieht man es wieder so ein bisschen der des karten artworks sind auch ein bisschen glossy gehalten ansonsten von dieser hintergrund struktur und diesen regenbogen effekt ist es eigentlich wie unsere collectors für gehalten die einzelfeuer blüte in secretware visionsheld faris verstärkung für die armee gerümpelraser alpha bestien meister ja und das hier wiederum ist eine japanische ultimate rare wenn ich das richtig gelesen habe da ist die hintergrund struktur eine andere hier sieht man es gerade relativ deutlich so ein bisschen ja wie so ein wurzelgeflecht oder so sieht es ein bisschen aus großteil der karte ist hier glossy gehalten das finde ich auch sehr sehr schick muss ich sagen auch wieder der regenbogen effekt insgesamt bei der karte dahinter und ja das muss ich sagen ist eine rarität die würde ich gern öfter bei uns sehen die gefällt mir nämlich wirklich wirklich sehr sehr gut das hat was das sieht wirklich echt schick aus also alpha beste meister ist bei mir die japanische ultimate rare geworden obwohl ich immer dachte die ultimate rare wäre eigentlich auch ich habe ja eigentlich den geist des pharao in japanischen ultimate rare und ist das jetzt eine alte das ist jetzt die neue japanische ultimate rare also ich habe mir jetzt die beschreibung der raritäten vom card market genommen und gebe das jetzt bloß wieder wie es da stand also ich habe jetzt mit hilfe des card markets die die raritäten halt ermittelt damit ich jetzt kein quatsch erzähle aber jetzt bin ich mir gerade wieder unsicher ich hoffe es stimmt so ja magie buch des urteils war noch eine secret rare und ich habe es natürlich noch mal gehabt als super rare magie geladene fusion magie buch des urteils in secret platinum secret rare das erkennt man daran dass die schrift mit chatterfoil ist also wie bei den ursprünglichen promokarten bei dem also die mit dem prismatic secret rare effekt zum beispiel die hatten auch den chatterfoil ist ein bisschen schwierig zu sehen jetzt beim textfeld ein weiterer hinweis ist dass bei der text box der rahmen auch so metallisch erscheint beziehungsweise auch den secret rare effekt hat also auch ganz nett das könnten sie auch immer wieder mal bringen die rarität aber ich lege die mal hierhin weil er möchte ich gleich noch was zu sagen zu dem platinum topf der extravaganza war noch drin bei mir vision zählt war es noch mal blitzsturm und topf der begierden wer mitgezählt hat eine karte fehlt noch die ist nämlich schon in der sammlung ich hatte auch noch fossile grabung in ultra rare drin und die habe ich gleich aufgrund des raritäten updates bei mir mit in die sammlung reingepackt deswegen habe ich jetzt nur noch die rausgehende karte kurz zum zeigen ja zum schluss möchte ich noch kurz anmerken ich hatte das irgendwie glaube ich falsch verstanden als wir uns damals die liste angeschaut haben stand ja als rarität halt irgendwie da platinum oder so ich weiß nicht ob das da noch nicht so ganz klar war wie das dann aussieht aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht dass wir dann wieder karten in der richtung hier bekommen weil das ist für mich mehr so platinum mäßig oder was sagt ihr dazu also ich finde das ist wesentlich schicker und den ägyptischen götterschleim zum beispiel in dieser rarität hier hätte ich absolut bombe gefunden aber diese rarität ist gar nicht drin also diese platinum secret rare sieht dann tatsächlich so aus und da bin ich ein bisschen enttäuscht muss ich sagen aus der also es ist keine schlechte rarität aber ich hätte halt wirklich was in der richtung hier erwarte ich meine schaut euch das mal an dass ich ja richtig nach platin aus also das ist ja ganz paar ecken besser würde ich sagen also finde ich persönlich zumindest dass das eine wesentlich schönere rarität gewesen wäre als jetzt ja auf dem ersten blick ist es halt eine secret rare wo man halt in den textbox rahmen noch so ein bisschen mit den effekt ausgestattet hat man es ist auch etwas metallisch nicht der rahmen so wie man das in dem licht hält aber nichts im vergleich zu diesen platinum rare ja das war ein bisschen schade bei der rarity collection so ansonsten sind natürlich viele spieler relevante karten mit drin ich hatte daher im news video auch schon drüber gesprochen über die ein oder andere karte die enthalten ist wie gut und wie schlecht ich das finde und deswegen ich bin auch ganz zufrieden mit den sechs packs mehr hätte ich jetzt auch nicht gebraucht und ja um vielleicht auch noch was lobend ist zum schluss zu sagen wie gesagt diese japanische ultimate rar wie sitze beim parat market genannt wurde finde ich zum beispiel fantastisch da kann ich nur lobend von sprechen also da hätte ich gern noch mehr karten dieser rarität von genau leute das wäre das naja halb opening gewesen halt ohne packung geknister hier zum schluss noch mal für euch ein bisschen packungsknistern wer es unbedingt braucht aber ich wollte jetzt nicht extra wieder die karten in die packung stecken und dann ein auf überrascht machen oder so wie gesagt meine videos sollen immer authentisch sein dass eine der wenigen sachen die ich euch bieten kann auf meinem kanal ja von daher ist das jetzt mal so in diese abgespeckten form gekommen und ja ich bin damit wieder euren wünschen nachgekommen und würde ich auch gern weiterhin machen ihr könnt jetzt demnächst mal in den community bereich schauen denn da habe ich jetzt eine frage reingestellt wo ich einfach so ein paar ja das war auch eine anmerkung von einem zuschauer der meinte ich könnte ja mal so einen effektion machen wo ich gesagt na gut ab sich das so lohnt bei den bei den leuten bei den wenigen sage ich jetzt mal die zuschauen aber okay probieren wir es aus ihr könnt eure fragen dort reinschreiben in diese in diesem bei diesem beitrag auch gern doppelt wenn euch am nächsten tag noch was einfall fallen sollte haut es einfach mit rein stellt eure fragen ich würde dazu dann nämlich ende des jahres ein video machen wollen wo ich dann eure fragen halt beantworte sofern halt genug zusammenkommen genau in diesem sinne leute genießt noch die rarity collection gerade die spieler unter euch werden sich ja denke ich mal sehr über diese edition gefreut haben hier über dieses display und beziehungsweise über diese ganze ja wie sagt man booster collection halt die collection wie gesagt spieler relevante karten da haben wahrscheinlich die meisten spieler von euch wirklich viel von mitnehmen können ja also wie gesagt viel spaß damit beim spielen und wir hören uns dann nächsten wieder macht's gut bis zunächst und